Wenn du die Breite der Bewirtschafter fragst, was ist die wichtigste Aufgabe von einem Bewirtschafter, dann sagt fast jeder, einen ordentlichen Besatz zu betreiben. Wenn der Lebensraum ausreichend ist, dann wächst jedes Jahr zu und wenn man mäßig und bescheiden das nutzen will, dann reicht es. Wenn wir nicht wüssten, dass das Gewässer okay ist und wir würden einfach zur Sicherheit mal Fische besetzen, wäre das eine Katastrophe für das ganze Ökosystem. Bis zum nächsten Mal.